Hinweis! Dieses Video enthält Bilder von Teilen oder ganzen präparierten Leichen. Jedoch nichts, was man nicht auch auf Wikipedia, in der Google-Bildersuche oder in heute noch zugänglichen Ausstellungen findet. Wir beginnen vergleichsweise harmlos mit einem Fall aus der Zeit vor der Fotografie. Tashibana no Kachiko, auch bekannt als Herrscherin Danrin, regierte Japan von 833 bis 850 und war überzeugte Buddhistin. Sie ließ Japans ersten Zen-Tempel, Danrinji, errichten und wollte ihr Lebtag nichts mehr, als ihrem Volk die Lehren des Buddhismus nahezubringen. Doch Tashibana no Kachiko stieß dabei auf ein riesiges Problem. Ihre außerordentliche Schönheit stand ihr im Weg. Jegliche Veranstaltungen, Lehrgänge oder Kurse, die sie geplant hatte, waren überlaufen von Männern mit Liebesbekundungen, Heiratsanträgen und Obszönen angeboten. Selbst in einem buddhistischen Kloster in den Bergen Japans, in das sie sich zurückzog, war sie nur als die hübsche Frau bekannt. Niemand nahm Kachiko und ihre Botschaft ernst. Dies machte die junge Herrscherin todunglücklich. Sie wusste, dass Schönheit vergänglich war, doch ihr Volk war nicht gewillt, ihr zuzuhören. Als Tashibana no Kachiko im Alter von 64 Jahren und immer noch wunderschön starb, schockte ihr Testament die gesamte königliche Familie. Statt des üblichen prunkvollen Staatsbegräbnisses hatte Kachiko verfügt, dass sie in einen schlichten weißen Kimono gekleidet und ihre Leiche einfach in die Straßen von Tokio geworfen werden sollte. Vielleicht würde der Anblick der Verwesung der einst so schönen Frau endlich doch noch die Lehren in die Köpfe der Leute transportieren, die Tashibana no Kachiko zu Lebzeiten so verzweifelt hatte vermitteln wollen. Ihrem Wunsch wurde Folge geleistet. Und so konnte die Bevölkerung von Tokio dabei zusehen, wie die Leiche sich aufblähte, verweste und von Hunden und Krähen zerfressen wurde. Die Stelle, an die man ihre Leiche geworfen hatte, ist heute noch als Leichenkreuzung bekannt und Haltestelle zweier U-Bahn-Linien in Tokios öffentlichem Verkehrsnetz. Es geschah in den stark bewölkten Morgenstunden eines schicksalhaften Tages im Jahre 1863, dass ein 18-jähriges Mädchen, vermutlich aus Liebeskummer, in der norditalienischen Stadt Padua in den Fluss sprang und ertrank. Ihr Name ist nicht überliefert, lediglich, dass sie als Schneiderin gearbeitet haben soll. Ihr lebloser Körper landete auf dem Tisch von Lodovico Brunetti, Professor für pathologische Anatomie an der Universität von Padua. Seine Spezialität war das Einbalsamieren. Er war so bekannt dafür, dass er sogar nach Rom eingeladen wurde, um den verstorbenen König Viktor Emanuel II. für die Ewigkeit zu erhalten. Doch Brunetti war nicht nur Professor. Er war auch Künstler. Und Katholik. Selbstmord war für ihn und viele andere seiner Zeit eine Sünde. Steht doch in der Bibel, du sollst nicht töten. Auch nicht dich selbst. Brunetti sah die Schönheit der jungen Frau und hatte eine Idee. Er fertigte einen Gipsabdruck von Gesicht, Hals und oberer Brust des Mädchens und zog diesen Partien in sorgfältiger Detailarbeit die Haut ab. Dabei achtete er sorgfältig darauf, die strahlend blonden Haare zu erhalten. Er präparierte die Haut mit Tanninsäure, um sie vor dem natürlichen Verfall nach dem Tod zu bewahren und zog sie über eine Büste, die er extra zu diesem Zwecke nach dem Gipsabdruck hatte anfertigen lassen. Perfekt war die Haut keineswegs. Man hatte große Haken benutzt, um die Leiche aus dem Fluss zu ziehen. Doch Brunetti, ganz der Künstler, kaschierte dies mit dem nächsten Schritt seiner Arbeit. Er präparierte tote Schlangen und wandte sie um den Kopf des Mädchens. Ganz so, als würden sie der jungen Frau ins Gesicht beißen. Abgerundet wurde seine Kreation durch rotes Wachs, das er als Blut und blutige Tränen über seinen Entwurf träufelte. Das fertige Kunststück erhielt den Namen »Der bestrafte Selbstmord« und sieht so aus. Brunetti zeigte sein Werk den Eltern des Mädchens, die überraschenderweise nicht schockiert waren, sondern Brunetti noch für seine anatomische Korrektheit lobten. Jeder, der ihre Tochter kannte, so sagten sie, würde sie auf der Stelle erkennen. Der Professor war so stolz auf seine Kreation, dass er sie vier Jahre später auf die Weltausstellung nach Paris mitnahm. Als sich das spezielle Exponat unter den Besuchern herumgesprochen hatte, war der Andrang an Brunettis Stand riesig. Auch das Festkomitee in Paris war keineswegs entsetzt, sondern erklärte ihn zum Gewinner des diesjährigen Kunstpreises. Wer in Italien Urlaub macht, kann den bestraften Selbstmord heute noch im Pathologie-Museum in Padua bewundern. Karl Tänzler war ein unglaublich vielseitiger Mann, zumindest nach eigener Aussage. Gefragt nach seinem Beruf, war er entweder U-Boot-Kapitän, Arzt oder gar ein Graf. In Wahrheit war er Radiologe, der von Dresden nach Key West im US-Bundesstaat Florida ausgewandert war. Tänzler hatte Frau und Kind zurückgelassen, um in Amerika als vermeintlicher Arzt zu praktizieren und um seine Traumfrau zu finden, die ihm in Visionen erschienen war. Eine junge, dunkelhaarige Schönheit, so war Tänzler überzeugt, wartete irgendwo im neuen Land auf ihn. Der falsche Arzt sah seine Prophezeiung erfüllt, als die 21-jährige Elena Milagro-Ojos mit Tuberkulose in seine Klinik eingeliefert wurde. Dass er volle 32 Jahre älter als sie war, störte Tänzler in seiner Überzeugung nicht. Obwohl der Mann nie Medizin studiert hatte, setzte er Himmel und Hölle in Bewegung, um Elena zu retten. Seine Methoden reichten von selbstgemischten Tinkturen und Heiltränken bis hin zu geklauter Krankenhausausrüstung, die er bei der jungen Frau zu Hause installierte. Tänzler machte keinen Hehl aus seiner Liebe zu Elena und überhäufte sie auch mit Geschenken und Liebesbekundungen. Die junge Frau wies ihn ein ums andere Mal ab, doch Tänzler verstand kein Nein. Seine Besessenheit mit Elena trieb ihre Familie sogar dazu, in einer Nacht- und Nebelaktion umzuziehen, in der Hoffnung, den penetranten Verehrer abzuschütteln. Womöglich wäre dies gelungen, hätten die Nachbarn nicht Mitleid mit dem sichtlich erschütterten älteren Mann gehabt und schließlich den Aufenthaltsort von Elena verraten. Weder Tänzlers Experimente noch die Schulmedizin konnten Elena retten, die 1931 ihrer Krankheit erlag. Tänzler bot den Hinterbliebenen an, die Beerdigung zu bezahlen und auch wenn diese mit dem besessenen Stalker ihrer Tochter wenig zu tun haben wollten, akzeptierten sie aufgrund ihrer finanziellen Situation das großzügige Angebot. Ein schlichtes Grab war nicht gut genug für die Frau aus seinen Visionen und so ließ Tänzler ein Mausoleum errichten, für das er den einzigen Schlüssel hatte. Vom ersten Tag an schlich er sich jede Nacht zu Elenas Leiche, um sie mit Formaldehid zu injizieren und um lange Gespräche mit seiner prophezeiten Braut zu führen. Nach zwei Jahren war Tänzler die allnächtlichen Ausflüge leid und brachte die Leiche von Elena in einem Bollerwagen zu sich nach Hause. Neben der Erhaltung des Leichnams arbeitete Tänzler sogar am Entwurf einer Rakete, die Elena ins All bringen und durch die von ihm dort vermutete Strahlung wieder zum Leben erwecken sollte. Beide dieser Unterfangen gestalteten sich als äußerst schwierig. Nach zwei Jahren ohne Kühlung in einem der wärmsten Orte der USA war der Verfall von Elenas Körper für Tänzler in seinem privaten Haus immer schwieriger aufzuhalten. Zugang zu den Mitteln des Krankenhauses hatte er nicht mehr, nachdem er aus offensichtlichen Gründen dort entlassen worden war. In seinen Versuchen, Elena zu erhalten, hielt er sie mit Hasendraht, Wachs und Gips zusammen. Verrottete Haut ersetzte er durch Seidenstoff. Er fertigte ihr eine Perücke aus ihren eigenen Haaren und ersetzte die bereits vollständig verwesten Augäpfel durch Glasaugen. Der Verfall machte auch vor ihren privaten Körperteilen nicht halt, sodass Tänzler diesen Bereich unter anderem mit leeren Klopapierrollen zu restaurieren versuchte. Auch wenn es keinen Beweis für sexuelle Handlungen an ihrem Leichnam gab, hält man es doch aufgrund der Umstände für sehr wahrscheinlich. Geschlagene sieben Jahre dauerte es, bis die Leute Verdacht schöpften. Man hatte Tänzler schon lange nicht mehr an Elenas Mausoleum gesehen. Dafür kaufte er öfter Frauenkleidung und wurde einmal von einem Jungen durchs Fenster gesehen, wie er in seinem Wohnzimmer Walzer tanzte mit etwas, das aussah wie eine Schaufensterpuppe. Nachdem die Gerüchte sich häuften, suchte Elenas Schwester Florinda das Haus des falschen Doktors auf und entdeckte etwas, das aussah wie eine Puppenversion ihrer Schwester. Die herbeigerufene Polizei brachte die Puppe in die Forensik, wo man feststellte, dass es sich um die echte Elena Milago Hoyos handelte. Kurioserweise reagierte die Öffentlichkeit nach Bekanntwerden des Falls sehr positiv auf Tänzler. Man verklärte ihn zum hoffnungslosen Romantiker. Viele waren neugierig auf das Resultat von Tänzlers Konservierungsversuchen. Und so wurde Elenas Leichnam in einem Beerdigungsinstitut ausgestellt, wo mehr als 6000 Menschen ihren Körper für den bescheidenen Preis von einem Dollar besichtigen konnten. Tänzler hat nie eine Strafe erhalten, da die begangene Grabschändung zum Zeitpunkt des Leichenfundes bereits verjährt war. Er besaß sogar die Dreistigkeit, Elenas Leiche zurückzufordern, wurde von den Behörden jedoch glücklicherweise abgewiesen. Elena Milago Hoyos wurde in einem anonymen Grab bestattet, in der Hoffnung, dass sie endlich die verdiente Ruhe finden würde. Die legendäre Evita Perron, First Lady von Argentinien, starb am 26. Juli 1952 nach einer langen Reihe von Operationen und Behandlungen, die dem Gebärmutterkrebs jedoch keinen Einhalt gebieten konnten. Sogar eine Lobotomie soll kurz vor ihrem Ableben an ihr vorgenommen worden sein. Ihr Leben war bekannt genug für eine Verfilmung und ein Musical. Doch ihre Reise danach wäre ebenfalls Stoff für die Leinwand. Nach ihrem Tod beauftragte ihr Ehemann, Juan Perron, einen Balsamierungsexperten namens Dr. Pedro Ara, der den Prozess zum Erhalt von Evitas Leiche innerhalb einer Stunde nach ihrem Tod begann. Im Gegensatz zur herkömmlichen Balsamierung, wie beispielsweise beim Leichnam von Lenin, ließ Dr. Ara die Organe in Evitas Körper und machte nur zwei kleine Einschnitte, um die Flüssigkeiten in ihrem Körper durch Alkohol, Glycerin und eine geheime Rezeptur zu ersetzen und überzog den Körper mit einer dünnen Schicht Kunststoff. Dies war gegen den ausdrücklichen Wunsch Evitas geschehen, die explizit darum gebeten hatte, nicht konserviert und nackt vor tausenden Fremden nach ihrem Tod begafft zu werden. 13 Tage lang wurde sie für die Öffentlichkeit zugänglich aufbewahrt, mit Dr. Ara stets in ihrer Nähe, bevor ihr Körper bis zur Fertigstellung ihres Mausoleums kühl eingelagert wurde. Der Bau des Mausoleums zog sich jedoch und war immer noch nicht fertiggestellt, als Juan Perón 1955 abgesetzt wurde und aus Argentinien fliehen musste. Evitas Leiche ließ er zurück. Der neue Präsident Argentiniens, Pedro Aramburu, wollte Evita heimlich still und leise beerdigen lassen. Der Plan war, sie in einer Nacht- und Nebelaktion von Dr. Aras Klinik aus in einen Transporter zu verladen und auf den Chagarita-Friedhof in Buenos Aires für eine heimliche Beisetzung zu bringen. Ein Militärattaché namens Carlos Mori König lud Evitas Körper in den Wagen und ließ sich in den Fahrersitz fallen, wo ihm aufgrund der späten Stunde die Augen zufielen. Als er erwachte, fand er seinen Transporter umstellt von Kerzen und Blumen. Carlos König erschrak so sehr darüber, dass er Evitas Leichnam mit ins Büro des Argentinischen Nachrichtendienst nahm und dort auf dem Dachboden versteckte. Ein Jahr sollte es dauern, bis Präsident Aramburu dies herausfand und König umgehend feuerte. Diesmal entschied sich der Präsident dafür, die Leiche nach Mailand zu bringen und dort unter einem fremden Namen bestatten zu lassen. Dort lag Evita bis zur Ermordung Aramburus durch Anhänger Juan Perrons im Jahre 1971. Aus den geheimen Unterlagen des Getöteten erfuhr man den Verbleib von Evita Perrons Leiche und man beauftragte einen Oberst des Militärs und einen Priester damit, sie zu ihrem Mann Juan Perron zurückzubringen, der immer noch im Exil in Madrid lebte. Juan Perron ließ Dr. Ara einfliegen, um die Leiche zu restaurieren und bate sie in seinem Wohnzimmer auf, wo Perrons neue Frau Isabel täglich dafür Sorge trug, dass Evitas Haare und Kleidung immer perfekt saßen. 1973 wurde Perron erneut zum Präsident Argentiniens gewählt und zog mit Isabel zurück in seine Heimat. Evita nahm er dieses Mal auch wieder nicht mit. Nur ein Jahr später starb Juan Perron und seine Frau Isabel, nun Präsidentin des Landes, holte Evita endlich nach Hause. Ihr Leichnam wurde ein weiteres Mal restauriert, diesmal von einem anderen Balsamierer. Wieder wurde ihre Leiche ausgestellt, diesmal Seite an Seite mit dem geschlossenen Sarg ihres Mannes. Nach der Absetzung von Isabel Perron wurde Evita ihrer Familie übergeben, die sie nach ihrer 24 Jahre langen Reise endlich, wie geplant, im Mausoleum auf dem Friedhof La Recoleta in Buenos Aires beisetzen konnte. Die Stadt Chihuahua im Norden Mexikos hat mehr Berühmtheiten hervorgebracht als nur den kleinsten Hund der Welt. Ein absolutes Spektakel war es auch, als im Jahre 1930 im Schaufenster eines kleinen Brautmodeladens eine neue Puppe aufgestellt wurde, die frappierende Ähnlichkeit mit der kurz zuvor verstorbenen Tochter der Ladenbesitzerin hatte. Die junge Frau war am Tag ihrer Hochzeit in ihrem Kleid am Biss einer schwarzen Witwe gestorben. Die Einheimischen gruselten sich vor der neuen Puppe und schnell machten Gerüchte die Runde. Die Ladenbesitzerin Pasquala Esparza hätte den Leichnam ihrer Tochter präpariert und ins Schaufenster gestellt. Senorita Esparza bestritt zwar die Vorwürfe, ließ jedoch nie zu, dass die Puppe untersucht wurde. Was die Gerüchte zusätzlich befeuerte. Viele Leute bemerkten die erstaunlichen Details, die über die Ähnlichkeit mit der verstorbenen Frau hinausgingen. Ihre Hände sehen überraschend echt aus. Sie haben Falten, Venen und ungepflegte Fingernägel. Würde man sich solch eine Mühe machen für den Entwurf einer simplen Schaufensterpuppe? Die Hautfarbe hat den typischen Gelbstich, den balsamierte Leichen annehmen, wie beispielsweise auch die sterblichen Überreste von Wladimir Lenin, die in seinem Mausoleum in Moskau ausgestellt sind. Kurioserweise ging der Name der Tochter im Laufe der Jahre verloren und so blieb ihr der Spitzname. La Pasqualita La Pasqualita steht seit bald 100 Jahren im selben Schaufenster und hat sich zu einem wahren Touristenmagnet entwickelt. Manche behaupten, sie würde selbstständig ihre Position wechseln oder Passanten mit den Augen verfolgen. Nachts vor das Schaufenster zu treten, ist eine beliebte Mutprobe unter den Jugendlichen in Chihuahua. Eine ehemalige Mitarbeiterin des Brautladens, Sonja Burciaga, sagte einmal aus, Jedes Mal, wenn ich mich ihr nähern musste, habe ich angefangen zu schwitzen. Sie hat sogar Krampfadern an den Beinen. Ich glaube, sie ist eine reelle Person. Über die Jahre gab es zahlreiche Diskussionen über die Echtheit von La Pasqualita. Experten, Bestatter und auch Amateure haben für beide Seiten gute Argumente hervorgebracht. Die meisten Experten sind sich jedoch einig, dass die Puppe kein präparierter Mensch ist. Eine Balsamierung müsste regelmäßig erneuert werden, gerade wenn die Puppe regelmäßig bewegt und umgezogen wird. Ein solcher Aufwand in einem kleinen Laden in Chihuahua ist quasi unmöglich. Selbst wenn es umsetzbar wäre, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie nach fast 100 Jahren noch so gut aussehen würde. Allein schon die mexikanische Hitze würde einem balsamierten Leichnam sehr zusetzen, so die Spezialisten. Dennoch halten viele an der Theorie fest, La Pasqualita sei ein echter Mensch. Solange jedoch kein Labor die Puppe untersucht, wird der Streit um die gruselige Schönheit kein Ende nehmen. La Pasqualita stand bis 2019 im Schaufenster der Boutique, bevor sie vorübergehend für eine Ausstellung nach Mexico City gebracht wurde. Die Leute von Chihuahua waren außer sich, als sie zurückkamen und sind überzeugt davon, dass sie ein Duplikat zurückbekommen haben. Der Flair der Pasqualita, die nun wieder an ihrem Platz im Schaufenster des Brautmodenladens steht, sei ein anderer, so die Bewohner. Manche behaupten, man habe die echte Pasqualita in Mexico City tatsächlich als Leiche identifiziert und daher auf staatliche Anweisung beigesetzt. Was auch immer die Wahrheit von La Pasqualita ist, eine gute Geschichte ist es allemal. Bis zum nächsten Mal bei Kuriosum Mensch.